Herzlich Willkommen zu einem weiteren Info-Interessanten Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ich wünsche euch allen ein recht, recht, recht herzliches, frohes, frohes und gesegneten Advent. Ersten Advent natürlich. Und ja, lasst mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch schon eure Adventskerzen angezündet oder feiert Weihnachten überhaupt nicht? Würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie ihr dazu steht. Ich persönlich feiere Weihnachten sehr, sehr gerne, weil es einfach ein Fest ist, wo einfach alle zusammenkommen, wo man sich beschenkt. Es geht natürlich nicht nur um die Geschenke, sondern natürlich auch, dass man mal als Familie zusammenkommt. Das finde ich eben das Schöne an Weihnachten. Und gerade auch wenn man einen Kamin hat, ist es noch einen Ticken besser oder ein Dekokamin, je nachdem, was gerade ist. Ja, das würde mich nochmal so interessieren. Wie feiert ihr Weihnachten übrigens? Ich weiß, die Frage, die ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr früh. Immer am 24. ist erst Weihnachten. Aber mich würde es schon noch sehr interessieren, wie findet ihr Weihnachten? Und feiert ihr Weihnachten? Und habt ihr schon irgendwelche Wünsche, irgendwelche Geschenke, Ideen? Holt es doch in die Kommentare am besten. Und ja, das war es in diesem kleinen aber feierlichen... Das wollte ich sagen Weihnachtsvideo. Nein, zu diesem kleinen aber feierlichen Video zum allerersten Advent. Gott segne euch. Und das war es mit dem Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Ciao. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020